Ja, aber auch die haben die Grünen nicht mehr exklusiv. Die Ehe für alle hat die SPD jetzt auch gesagt und die FDP auch gesagt. Ja, aber das Thema seid ihr auch los. Also erstens, was wäre ich für eine Politikerin, oder so habe ich es als Parteichefin auch wirklich immer erlebt, was wäre ich für eine Parteichefin, wenn ich um grüne Themen eine Mauer bauen würde und ängstlich behüten würde, dass bloß niemand anderes das Thema mir wegnimmt. Wenn es denn so wäre, wenn es denn so wäre, dass Frau Merkel eine Klimakanzlerin wäre, da reicht halt nichts, grüne Jackel und den Trump kritisieren und selber die Klimaziele verfehlen. Wenn es so wäre, würde ich Ihnen recht geben oder dass der Atomausstieg breiter Konsens war. Das war gut, das war auch ein grüner Erfolg, aber wir sind nur lang nicht fertig.